Nächster an Bord wird der Vizekanzler sein. Regierungsmitglieder können sich in einer Debatte jederzeit zu Wort melden. Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Überschrift der heutigen Aktuellen Stunde, die könnte man auch durchaus umtexten. Und man könnte auch sagen, ein Jahr Regierung, Normalität, die endlich auch erkannt wird, Probleme, die man erkennt und anpackt und Entlastung für arbeitende Menschen, Familien und Pensionisten. Auch so könnte sie lauten oder sie könnte auch lauten, ihr Wunsch ist es, mehr Linksruck im Land vorzunehmen, mehr Zuwanderung und weiter die Belastung fortzusetzen, die in den letzten 13 Jahren in dieser Regierung, nämlich von der Vorgängerregierung, stattgefunden hat. Das ist durchaus eine Frage der jeweiligen Deutung. Aber wenn ich mir, Herr Rossmann, Ihre ganzen Vorwürfe heute noch einmal vor Augen führe, dann wundere ich mich einfach, weil das einfach nichts mit der Realität zu tun hat, nichts mit politischen Realitäten zu tun hat, sondern wenn natürlich mit Ihrer Weltanschauung, Ihrer Gesinnung. Und ja, wir machen keine Politik für Sie, Herr Rossmann, auch nicht für den Falter oder für sonstige Linksideologen. So stehe ich. Das ist auch unsere Position. Und schauen wir uns die Fakten an, weil heute ja vieles gesprochen wurde und vieles schon von einigen Oppositionsabgeordneten zum Besten gegeben worden ist. Die Frau Meindl-Reisinger hat gesagt, ein Hydrant hätte auch dieses Budget zustande gebracht, keine neuen Schulden mehr auf dem Rücken unserer Kinder aufzuladen. Naja, da wundere ich mich, denn die letzten Jahrzehnte unter sozialistischen Kanzlern hat es die SPÖ immer geschafft, neue Schulden zu schaffen und mehr Geld auszugeben, als man einnimmt. Das ist sehr wohl ein Paradigmenwechsel, den wir sicherstellen, nämlich erst einmal seit 1954 nicht mehr Geld auszugeben, als wir einnehmen. Denn das bedeutet soziale Verantwortung. Wir wollen nicht auf dem Rücken unserer Kinder weiter Schulden aufbauen. Und da geht es um Fairness und auch Gerechtigkeit. Da geht es darum, mehr Sicherheit zu schaffen, Fairness und Gerechtigkeit in dem Land sicherzustellen, Effizienzsteigerungen in den Systemen, Verschlankung der Verwaltung. Und überall dort packen wir an. Und ja, da können wir eine erfreuliche Bilanz heute auch präsentieren nach einem Jahr. Wir haben nicht umsonst eine äußerst breite Zustimmung durch die Bevölkerung. Warum? Weil wir konsequent bei den arbeitenden Menschen ansetzen. Arbeitende Menschen sollen endlich mehr Lohn erhalten und die sollen entlastet werden. Und nicht so wie bisher unter sozialistischen politischen Vorstellungen permanent mit Steuerbelastungen und zusätzlichen Gebühren belastet werden. Nein, die Arbeitnehmer entlasten wir, das ist unser Anspruch. Die Familien entlasten wir. Die Pensionisten sollen mehr bekommen, weil das gerecht und fair ist. Und nicht die Massenzuwanderung in unser Sozialsystem forcieren, wie es die Sozialisten all die Jahre gemacht haben. Ja, es gibt unter uns die höchste Pensionserhöhung in den letzten sechs Jahren mit einem Plus von 2 bis 2,6 Prozent für die Pensionisten im Bereich der Inflationsanpassung. Ja, wir stehen dazu, dass ab 2020 endlich auch die Mindestpension eingeführt werden soll mit 1.200 Euro. Und dass die kleinen Pensionisten eine ordentliche Anhebung erfahren, weil sie es verdient haben unter Sozialisten undenkbar all die Jahre, wenn man zurückdenkt. Ja, wir stehen dazu, die Familien zu entlasten. Mit der größten Familiensteuerentlastung der Zweiten Republik. Und wenn sich dann heute Abgeordnete herausstellen und sagen, na, aber jene, die keine Steuern zahlen, die kriegen nur 750 Euro pro Jahr und pro Kind. Ja, bitte, neben einer Familienbeihilfe und neben dem Kindergeld kriegen geringfügig Beschäftigte, die keine Steuern zahlen, zusätzlich 750 Euro pro Jahr und Kind. Und jene, die Steuern zahlen bis 1.500 Euro. Nein, die haben ja bisher schon 500 bekommen. In Zukunft bekommen sie 750. Und das ist fair und gerecht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ja, bei einer Steuernentlastung ist es normal, dass man bei den Steuersenkungen ansetzen muss. Und wenn jemand keine Steuern zahlt, wird es schwer sein. Ja, aber wir denken eben darüber hinaus mit und wir haben bei den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen sehr wohl dafür Sorge getragen, dass in Zukunft bis 1.600 Euro Monatsbruttoverdienst keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge gezahlt werden und bis 1.900 es eine Reduktion gibt. Das sorgt dafür, dass die kleinen Einkommenschichten mehr bekommen. Ich weiß schon, Herr Rossmann, denen täten Sie am liebsten das Geld aus der Taschen ziehen und wieder Zuwanderung in die Mindestsicherung zu finanzieren. Genau dort setzen wir aber an, die Anreize, die Sie geschaffen haben in den letzten Jahren, eine Zuwanderung in die Mindestsicherung sozusagen zu forcieren, die dazu geführt hat, dass über 50 Prozent der Mindestsicherungsbezieher heute Zuwanderer sind, die in vielen Bereichen nicht einmal eine Stunde gearbeitet haben. Das ist doch nicht fair. Das ist nicht fair. Und genau diese Anreize gehören abgestellt und genau das tun wir, weil wir im Interesse all jener, die gearbeitet haben und ins System eingezahlt haben, eine Verantwortung tragen. Ich komme zum Schlusssatz. Ja, und wir sorgen auch dafür, dass die Notstandshilfe ein Teil des Systems bleibt und nicht abgeschafft wird, auch wenn Sie immer die Unwahrheit sagen. Ja, und wir stehen auch dazu, es war richtig, dem UN-Migrationspakt Nein zu sagen. Unter Ihnen hätte es natürlich eine Zustimmung gegeben. Ich begrüße ganz herzlich die Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule Hartberg bei uns im Hohen Haus. Herzlich willkommen. Vielen Dank.